Hallo Welt! Da sind wir wieder, hier im Vault 123. Und wir müssen uns ein wenig um die Belange der Einwohner kümmern. Wir können etwas Neues bauen. Hier ist eine Eins. Vielleicht können wir etwas Neues bauen. Wir können einen Aufzug bauen. Baracken, Generator, das kennen wir. Deiner. Eine Wasserbehandlung. Und Raum entriegeln. Aha, das war das in der letzten Folge. Das heißt, das Raum entriegeln. Lagerraum, sehr schön. Erhöht die maximale Anzahl von Gegenständen und Haustieren. Benötigt wohl Ausdauer. Und kostet 300 Kronengorken. Können wir gar nicht bauen. Du hast nicht genug Kronengorken. Das ist nicht so erfreulich. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch so machen können. Sammle 50 Nahrung. Oha. Ich bin dafür. Dass wir in die Wasserbehandlung noch jemanden reinschicken. Da geht zwar schon von freiwillig jemand rein. Ach so, die laufen immer hier so umeinander. Umher laufen sie hier. Im Vault. Wir brauchen... Oh. Was ist das? Wir brauchen Energie und... Ah, was passiert? Ich bin offizieller Vault-Anzugprüfer. Ich muss dich ganz fest umarmen. Oh. Haha. Aber das sind doch zwei Männer, oder? Craig und Jonathan. Was ist denn hier los? Ich darf nicht vergessen, den Kühlschrank mit Coca-Cola aufzufüllen. Ei, 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 ei. Was haben wir da bloß verbrochen? Was haben wir nur gemacht? Und Bier! Haha! Ja, alles gut. Ich wollte schon sagen, vergiss das Bier nicht. Ganz genau. Ja, da ist doch... Oh, Nancy. Nancy ist ganz dick. Brütet sie etwas aus? Legt sie bald ein Ei? Ist es bald soweit? Ich wollte gerade ein paar Bilder aufhängen. Okay. Okay, Nancy hat es geschafft schon mal. Sie hat sehr viel Schokolade gegessen und darum ist ihr Bauch so dick geworden. Gute Idee. Vielleicht Katzen oder Schiffe oder Katzen auf Schiffe. Mhm. Bruce und Nancy also. Craig und Jonathan. Ja, können wir die beiden nicht mal... Ja, okay. Wenn sie wollen, können sie das ruhig. Hauptsache, die bringen Bier mit. Ich wünschte, wir hätten ein paar Pflanzen. Ja, das ist ja... Heutzutage ist man ja... Was heißt heutzutage? So alt bin ich ja auch nicht. Also, man ist ja schon nach allen Seiten offen. Deswegen ist man ja auch nicht ganz dicht. Aber, nun gut. Gucken wir mal lieber, dass wir hier ein paar Kornkorken reinbekommen noch. Oh! Baust du zwei oder drei Räume desselben Typs nebeneinander, verbinden sie sich zu einem größeren. Ah, ja. Das haben wir hier oben bei dem Baracken ja schon gesehen. Baracken. Ja, wir brauchen wohl mehr Energie. Und wir brauchen sowieso alles Mögliche mehr. Das war doch... Was ist jetzt passiert? Ach so, wir können die anklicken, wenn... Das ist ja neckisch. Also, wenn da so ein Pfeil nach oben geht, dann springen sie in die Höhe, wenn man da mal draufklickt. Okay, und sie bringen uns Kronenkorken. Sammle 50 Nahrung. Da. Ach. Ja, was machen wir denn hier mit unserer Nancy? Jetzt Nancy Harris. Wann ist es denn soweit? Dass sie ihr Ei legt, legen kann. Okay. Ich bin nicht so ganz sicher. Wir brauchen Wasser. Wir bräuchten noch irgendjemanden hier bei dem Wasser. Aber dafür brauchen wir P. P war doch Stärke, oder? Nein, das war Ausdauer. Nein, das war Wahrnehmung. Ach, verflixt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. P war Wahrnehmung. Ganz genau. Perception, oder wie? Ich weiß nicht. Ich habe geraten, liebe Welt da draußen. Hört doch nicht auf mich. Ich bin doch noch so neu. Ich bin doch ganz aufgeregt. Hier merkt das dann keiner. Ich freue mich. Und ganz kostenlos. Einfach anmelden bei Bethesda und man bekommt dieses wunderbare Fallout Shelter geschenkt. Nein, ich werde nicht bezahlt dafür. Wahrnehmung. Sie braucht doch hier, braucht sie doch mehr... War das Wahrnehmung, was sie hier brauchte? Sie brauchte doch hier irgendwie Beweglichkeit, oder? Als Barkeeperin. Kayla Cox. Ich glaube, sie werden hier gebraucht. Genau, Wahrnehmung. Uh, Kayla Cox. Ist das Kayla Cox? Ja. Und Wahrnehmung 3. Ja, dann schicken wir Kayla Cox doch jetzt mal zur... Wie heißt sie? Christine King. Eine Schwester von Stephen King, wahrscheinlich. Eine entfernte. Hat Stephen King Schwester? Ich weiß es doch nicht. Dr. Google. Dr. Google weiß alles. Das ist eine richtige 3D-Ansicht, wenn man hier so mal... Wie weit kann man denn eigentlich zur Seite... Also nicht sehr weit, okay. Hier auch nicht. Das auch Ende. Und nach unten... Oh, nach unten... Oh, nach unten ist viel Platz. Okay. Hier ist aber auch Ende. Huhu. Und das, wenn wir das alles zugebaut haben und alles läuft, dann haben wir gewonnen. Dann sind wir durch. Oh, hier ist schon wieder was. Okay. Wir haben ziemlich viel Nahrung. Bekommen wir schon mal rein. Das ist sehr gut. Ich frage mich, wie die Leute von oben mit Nahrung versorgt werden. Können wir den Raum nicht mal verschieben auch? Baracken. 4 von 4. Etwas eng da drin. Und wir müssen irgendetwas bauen, fürchte ich. Wir brauchen Energie und sowas. Oh, da geht es schon weiter. Ah, wir haben Energie. Okay, wir müssen hier irgendwas bauen. Wir brauchen Essen oder so. Hm, auf jeden Fall Energie. Irgendwie sind doch die ganzen Aufzüge hier rot. Ohne Strom. Nicht gut. Oh. Wenig Wasser. Wie kommt das denn? Da, ist doch wieder Wasser. Dann benutzen wir hier ausnahmsweise mal diesen Tempo-Knopf. Ach so, dann arbeiten die schneller. Aha. Führe den Tempo-Modus erfolgreich in einem Raum durch. Abgeschlossen. Okay. Du hast soeben eine Lunchbox erhalten. Klicke auf das Lunchbox-Symbol im Pip-Boy-Menü, um die Lunchbox zu öffnen oder kaufe weitere Lunchboxen. Okay. Lunchbox-Symbol? Das kann nur die hier oben sein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Wir sind in der Bezahlhülle. Das wollen wir gar nicht. Ich hoffe, wir können die Punkte, die wir hier machen in dem Fallout-Shelter, ich hoffe, die können wir nachher eintauschen gegen echtes Geld. Also, wenn wir genug Nuka-Cola-Flaschen-Quantum, Nuka-Cola-Quantum, haha. Wenn wir davon hier so einen ganzen Kasten gesammelt haben, dann können wir nach Bethesda das schicken und dann bekommen wir 4,99 Euro. So funktioniert das System doch, oder? Ich bin mir sicher. Sonst soll ich sofort auf hier. Nein, ich mache weiter. Also, bis es langweilig wird, mache ich weiter. Allerdings, ja, es ist schon interessant. Man hat aber wieder so viel hier, naja, zu klicken braucht man diesmal nur, also es sind nicht so viele Tasten. Komm, es ist jetzt nicht so wie Star Citizen oder sowas. Es ist schon, es ist ein bisschen, nur linke Maustaste braucht man quasi. Sehr entspannend eigentlich. Da hat man die andere Hand frei, damit kann man was anderes machen. Aber gut, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Man kann hier sammeln, Nahrung sammeln und sollen wir, also das sind unsere Ziele, führe den Tempomodus erfolgreich in einem Raum durch. Haben wir doch gemacht. Achso, jetzt können wir hier anklicken. Aha, abholen. Uh, da wird jetzt nicht sofort was von meinem Konto, von meinem PayPal-Konto abgebucht, oder? Weil ich hier draufgeklickt habe. Ähm, naja, ich hoffe nicht. Kreditkarte ist gleich geschröpft. Na, schauen wir mal. Erreiche eine höhere Stufe mit einem Bewohner. Okay. Achso, hier oben. Das ist die nächste, das nächste Ziel. Okay, wir nähern uns wieder dem grünen Bereich hier, das ist gut. Ich glaube, wir machen das überhaupt nicht richtig, oder? Wir haben das gar nicht verstanden, wie das geht. Wie wäre es denn, wenn wir noch ein bisschen was bauen? Ich bin dafür, dass wir hier neben noch einen Generatorraum hinbauen, damit hier die Aufzüge wieder funktionieren. Aber man sieht, die Zufriedenheit liegt bei 75. Ja, dann haben wir doch irgendwas schon mal richtig gemacht. Und die gutste, Nancy, hat ja auch schon sich fast vermehrt. Wer weiß. Wer weiß, was da rauskommt. Ja, wie wäre es mit noch einem Generator? Wir können sogar einen Generator bauen. Noch raumen. Wir können noch einen bauen. Oh, eine Krankenstation. Okay, benötigt eine Bewohnerzahl von 14. Oh, wo sehen wir denn, wie viele Bewohner wir haben? Wir errichten erstmal noch hier so einen Aufzug. Das ist ein Aufzug. Da hätte ich ja beinahe wieder was gebaut. Generator wollen wir bauen. Ja, oder mehr Wasser. Na, erstmal brauchen wir Strom, damit die Aufzüge wieder laufen. Und den bauen wir dann hier neben. Uh, gut. Und schon geht das Essen runter. Und ich habe vergessen, was wollten wir denn dann noch machen? Die Krankenstation. Ach, wie viele Leute haben wir eigentlich hier? Sieht man das irgendwo? Wir haben keine New York Cola. Nein, das ist sofort der Shop geht auf. Kann man die Sachen denn wirklich jetzt kaufen und dann kriegt man die zugeschickt, oder? Oder bezahlt man hier 19,99 für Pixel? Kann das sein? Ist das ein guter Trick? Das ist ein sehr guter Trick, oder? Für 100 Euro bekommt man so was hier. Einen Laster enthält 1000 New York Cola Quantum, mit denen du Vorgänge im Vault und im Ödland beschleunigen kannst. Oh nein, habe ich auf Kaufen geklickt? Oh ja, spätestens jetzt ist das Paypal-Konto dann leer. Okay, ist auch mal interessant zu wissen, also man kann, ja, Mastercard, Visa, aber kein Paypal, was? Und auch keine Vorabüberweisung, kein... Ach so, Kreditkarte, hier kann man auswählen. Ah, es geht nur Kreditkarte. Ja, okay, Mastercard hat ja fast jeder. Also, ja nicht. Ja, ach mein Gott, Amex, Amex, habe ich noch nie gehört. Weiß ich gar nicht, was es ist. Das Logo kann ich das zeichnen, aber... Jetzt reicht es aber hier. Ich kaufe doch nichts. Ja, wenn die mir jetzt wirklich New York Cola Quantum nach Hause schicken, dann vielleicht für 100... Oh, was war? Kein Essen. In Fürth Essen. Da gibt es Essen. Sammle 50 Nahrung, abgeschlossen. Ding, ding, ding. Haha, cool. Warum haben wir eigentlich immer noch so wenig Energie? Beschleunigen wir das doch hier mal. Ich habe die perfekte Arbeitsstelle. Danke, Aufseher. Ja, gerne. So sind wir zu euch. Dann machen wir hier mal ein bisschen Tempo, wenn ihr so gut drauf seid. Belohnung. Ja, okay, das Übliche wahrscheinlich. Hahaha. Oh, fehlgeschlagen. Nein. Was ist geschehen? Oh nein. Unfälle können durch einen fehlgeschlagenen Tempomodus oder zufällig in einem Raum auftreten. Die Bewohner eines Raums kümmern sich automatisch um die Unfallbekämpfung. Während der Unfallbekämpfung verlieren die Bewohner Gesundheit. Scheitern sie, bereitet sich der Unfallherd, breitet sich der Unfallherd in nahegelegene Räume aus. Hinweis Hohlbewohner aus einem Raum, in dem ein Unfall geschehen ist, um sie am Leben zu erhalten. Zum Fortfahren klicken. Ja, aber die schaffen doch so ein kleines Feuer, die beiden, oder? Ah, geschafft. Das machen wir aber nicht nochmal. Hahaha. Das möchte ich jetzt nicht nochmal erleben, sowas. Hm. Die Aufzüge sind immer noch rot. Wir haben immer noch zu wenig Energie. Kann man das hier oben nicht hochdrehen? Nein. Ach so, wenn man hier anklickt, dann bekommt man... Ah, dann bekommt man das gleich angezeigt. Wo sind denn unsere Bewohner? Zwölf? Zwölf Bewohner kann das sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, wir haben nur zehn. Ich zähle zehn. Ach so, die sind da hinten noch versteckt. Elf. Ah, und sie trägt den zwölften in ihrem Ei in sich. Also das unausgebrüdete Ei noch. Wir sollten hier bald mal ein Nest bauen. Okay. Ja, was machen wir denn dann noch? Das mit dem Raum war wohl nichts. Wir müssen da irgendjemanden runterschicken. Die stehen ja nur hier rum und machen gar nichts, die beiden. Die könnten doch... Na gut, die haben die Attribute nicht dafür. Denn der Raum da unten, der braucht doch was anderes. Aber egal, besser, dass sie da sind, als dass sie gar nichts machen. Sie brauchen S-Attribute. Also Stärke haben sie nicht. Haben sie beide nicht. Er hat zwei Stärke. Ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht noch besser als gar nichts, oder? Wollen wir sie ja mal nicht auseinanderziehen. Und schon haben wir wieder Energie, wie es aussieht. Nein. Ach so, die Aufzüge sind immer rot. Die sind nur grün, wenn sie in Benutzung sind, oder? Ich dachte, am Anfang waren die durchgehend immer grün. Ja, wie dem auch sei. Ich bin fast dafür, dass wir etwas nach unten bauen. Ich frage mich, was das hier sind. Oh, hoppla, Felsen zerstören. Haha. Nützlicher Tipp. Zerstöre Felsen, um deinen Vault noch tiefer auszubauen. Okay. Das kostet, oder wir bekommen was dafür. Wie können wir die zerstören? Wir haben zwölf Bewohner. Die Zeit. Die Zeit ist vorbei. Ich wollte die Folge nicht allzu lange machen, da das ja so ein Test ist. Ich weiß nicht. Mir gefällt das auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin begeistert sogar. Das ist ja geschenkt. Und das ist ja doch sehr, sehr witzig schon. Also es ist... Mal gucken, wie es so euch da draußen, liebe Welt, gefällt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.